Die Eisshückelspieler gehen auch manchmal dahin, wo es weh tut. Und wenn es mal wieder zwickt, geht es ab zum Physio. Das sind der Stubi und der André, unsere Physios. Ach, Herr Plachter, auch mal wieder da? Ja, natürlich. Okay, dann komm mit. Während einem langen Turnier zwickt es öfters. Deswegen bin ich jeden Tag beim Physio. Oh, ist das schön. Der untere Rücken ist oft mit betroffen, die Leistenbereiche. Oh, Hirschrollbraten. Während des Deutschland-Cup sind wir eigentlich rund um die Uhr für die Jungs da. Danke, Jungs. Alles klar, dann bis morgen.